Wie erreiche ich denn überhaupt den Wähler? Und vielleicht davor die Frage nach, erreiche ich den Wähler überhaupt noch? Und das im Jahr nach einem Superwahljahr, dass er gezeigt hat, dass sich keiner mehr seiner angestammten Mehrheiten so sicher sein kann. Gewinner in der Kategorie 1. Kampagnen von politischen Institutionen ist Macht mehr möglich. Auftraggeber Bündnis 90, die Grünen NRW. Die Preisträger Juni und Schwarz, dass die verantwortliche Wahlkommensleiterin ist. Wir haben auch eine gute Diskussion, Kommunikation mit den Wählern. Also kann ein Wähler mit dem Spitzenpolitiker direkt noch kommunizieren? Ja, das kann er. Und das haben wir wirklich gezeigt. Das war eine dialogorientierte Kampagne, wie das heute so schön heißt, im Werberischen. Also wir haben uns im Internet wirklich geöffnet. Da gab es nicht nur Kommunikation von oben, sondern wirklich die Möglichkeit, alles zu kommentieren, mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber auch wirklich an den Infoständen, wir haben Touren durchs Land gemacht, alle unsere Promis aufgefahren, die netterweise auch alle gekommen sind, weil war ja eine wichtige Wahl. Nein, wir haben wirklich ganz viel Dialog mit den Wählerinnen und Wählern gehabt und ich glaube, das ist schon auch ein großer Teil an diesem Erfolg. Nein, super Krönung einer erfolgreichen Kampagne. Das Wahlergebnis ist ja schon super, wir regieren. Und jetzt kommt sozusagen hier noch die kleine Krone oben drauf. Komma, catch my heart, komma, catch my soul Unresolved contradictions, what I'm standing for What I'm standing for What I'm standing for What I'm standing for